Hola y buenas tardes mittlerweile glaube ich ich bin jedenfalls hier jetzt gerade bei der lieben doris und ich habe ja letztes mal schon mal bei dem border run nach nicaragua gesagt ich wollte mal mit ihr zusammen ein video machen und ja hier sind wir jedenfalls bei der lieben doris hallo hallo ja und ich habe natürlich gleich gefragt was willst denn alles erzählen was willst du alles vielleicht den leuten mal mitteilen und das erste was uns ins auge gekommen ist das natürlich dein auto dass du loswerden willst ja genau kannst ja mal ein bisschen was dazu erzählen hier halt mal am besten das mikrofon kannst du einfach dran reinsprechen und dann gucken wir uns mal den wagen machen also ist ein montero mitsubishi 2002 und er fährt mit benzin oder mit propangas das einzige problem ist dass er repariert werden müsste er bräuchte eine neue zylinder kopfdichtung aber ansonsten geht eigentlich alles und er ist für sieben personen hat auch noch eine zweite rückbank können wir hinten reingucken ja wenn wir jetzt schon mal da sind dann gucken wir uns den mal ganz an das heißt also hier kannst du dann umschalten von von benzin auf gas genau und da sieht man auch die wo die zweite rückbank noch hinkommt also die habe ich auch noch also für sieben leute kannst du dann genau also mit sieben leuten kannst du dann hier durch die gegend fahren und hat auch vier rad antrieb und ersatz reifen ein rad braucht man natürlich auf jeden fall ja es ist eine der wichtigsten sachen hier würde ich mal sagen ja und so sieht er innen aus was hast du jetzt noch mal gesagt baujahr ist 2002 und kilometer 175.800 irgendwas ja okay das ist ja noch keine leistung für so ein auto genau aber hier unten schaltet man um von benzin auf gas das ist der schalter wurde mir erklärt und vorne hat er auch noch so was dran da habe ich auch noch rechts und links die teile dafür ja genau gehen wir mal hier darüber und dann ist auch noch der deckel davon vom ersatz reifen ich habe dem das runter gemacht weil er immer so geklappert hat an der dirt road okay und das sind jetzt die anderen teile die man halt noch genau kann und dann alle von der straße zu schubsen genau da egal was dir entgegen kommt du kommst durch alles klar okay die meisten fragen natürlich dann auch was soll der wagen überhaupt kosten fünf millionen kolones weil ich habe mich informiert und die reparatur kostet eine million und günstiger sein dass ja das kommt darauf an ich war bei einem guten mechaniker der wahrscheinlich ein bisschen teurer ist am besten wäre einer der wo das vielleicht selber machen kann oder dass ich da auskennt oder einen guten mechaniker als freund hat ja und ja okay ja dann würde ich noch mal sagen also das könnte bald euer wagen sein und wir gehen mal einfach ein kleines stück weiter weil die doris wohnt ja hier so schön in diesem haus und im moment ja ganz alleine ja und das kann man ja ändern also du hast ja den oberen bereich auch noch zu vermieten und könnte es dann ja ein oder zwei zimmer sogar vermieten zwei zimmer also am liebsten wäre es mir so dass ich praktisch ein roommate habe jemand der wo monatlich also hier wohnt und seine eigenen möbel mitbringt und das andere zimmer mehr gern für kurzfristige aufhalte so auch als besucher und so und ich bin auch reiki und thai yoga praktischer und würde gern zu retweets machen für frauen also die können hier gern auf urlaub kommen und ich kann mit ihnen eben reiki das ist so eine energy healing machen wenn man probleme hat oder einfach mal genug hat und raus muss und sich neu orientieren und habe auch viele meditationsprogramme und yoga und hier ist es ganz ruhig und friedlich und viel organisches essen also ich baue auch viel selber im garten an wo sind wir denn überhaupt gerade hier wir sind in labonita bei miravalles es sind 15 minuten nach sanisidro und ungefähr zehn minuten nach rivers also in richtung schiripo zum hohen berg hoch ja ja ich habe den schiripo den kann man ja auch da ganz hinten sehen ist heute ein bisschen diesig deswegen ist gerade nicht so leicht zu sehen aber auf jeden fall eine schöne aussicht und ja hier im garten kann man auch einiges natürlich auch entdecken gesagt machen wir einen extra film vom garten weil der garten ist riesengroß und da gibt es viel zu erzählen ja okay dann würde ich sagen schauen wir uns doch mal gleich hier vorne haben wir ein extra eingang um dann hier rein zu gelangen und dann würde sagen dann starte mal und zeig uns mal wie es denn hier so aussieht gibt ihr mal kurz das mikrofon hier ist das erste zimmer muss man gleich den fußboden zeigen weil ich das ehrlich gesagt sehr liebe das sind eine gecko ja der fußboden also ich liebe das ja wenn man so barfuß auf diesen parkett fußboden dann geht oder so alte holzfußboden ist angenehm ja total schön so und dann haben wir links hier noch ein badezimmer und warmes wasser in der dusche nicht immer selbstverständlich in costa rica und dann habe auch hier eine schöne aussicht im garten oder auf die berge ja jetzt ist erstmal vorübergehenden matratze reingelegt genau und dann haben wir hier ein zweites zimmer das ist leer für jemanden der wohl länger hier wohnen und seine eigenen Möbel hat ja und dieses zimmer hat auch eigenes bad und hat sogar ein walk in closet schauen wir doch gleich mal noch mal kurz in der elke ok hier so ein kleiderschrank und auch ein schönes kleines schnuckeliges bad und dann ist noch ein drittes zimmer hier das ist zur entspannung hier mache ich yoga die thai massage reiki und es ist wirklich schön friedlich mit spiegel ja ja also hier kommt von drei seiten gleich oder kommt gleich von drei seiten das licht was ja auch schön ist und du hast ja auch gesagt hier ist eine ganz besondere energie ja sehr friedlich und dann kann man hier haben wir noch eine zweite treppe wo man runter gehen kann da kommt man dann in die küche wie sieht es denn aus mit waschmaschine und da kann man gleich mal hingehen und hier ist meine katze die flauschi die sind ein bisschen ängstlich so hier ist die waschmaschine und der trockner und die habe ich gebrauch gekauft und die kamen mit diesen abdeckungen die fand ich ganz nett und hier anstatt den felsen zu sprengen haben sie beschlossen das haus außenrum zu bauen und ich habe dann beschlossen das zu bepflanzen mit moos und kleinen orchideen und promeliads was ich als im garten gefunden habe was abgebrochen ist und so und das finde ich ganz gut ja ich habe eben schon gesagt die doris ist und so ein wald menschen ja natur verbunden und du hast ja gesagt wenn du mir das frische moos riechst dann bist du immer glücklich ja genau da stehe ich da und spüre das anderen der geruch von dem moos macht mich einfach glücklich weiß nicht warum aber ich finde dass das ganz toll riecht ok kannst du gerade noch kurz was dazu sagen zu dem mietpreis also wenn jetzt jemand sagt ja jetzt hier mieten also langfristig oder halt eben auch pro nacht also langfristig ist es so ist es 400 dollar im monat und das wasser und der strom ist im begriffen und auch internet und ich habe hier high speed wirklich gutes internet was auch nicht so oft ist in costa rica die meisten haben immer irgendwelche probleme aber hier ist es zuverlässig und auch schnell also wenn jemand online arbeitet ist es auf jeden fall möglich und ich habe auch die sachen hier alle gekauft die können alle mit benutzt werden auch kühlschrank und herd was in costa ricanischen häusern eben nicht da ist also man muss sich das selber kaufen ja und wenn jemand sagen wir auf urlaub kommen will dann würde ich sagen ist es so um die 40 dollar die nacht ja das wäre ja es kommt darauf an wann wie und wie lange aber ich würde mich freuen vor allem über frauen sagen wir mal so wenn es einem nicht so gut geht und man muss einfach mal weg und entspannen dann bitte komm doch hierher und ich auf jeden fall wenn man wieder zurückkommt geht es einem auf jeden fall besser ich hatte gerade eine freundin hier für vier wochen die lässt sich gerade scheiden und die hatte so eine armbanduhr die ihre nervous system alles misst und ihren herzschlag und auch wie sie schläft und es wurde alles wesentlich besser als wie wo sie kam und sie ging auch wieder zurück gestärkt und in neuer sagt man energie ja wunderbar okay und dann haben wir hier noch die küche also hier unten ist auch noch ein kleines bad das ist meins das benutze ich so aber ist auch so costa ricanisch hinter der tür ist das waschbecken deswegen geht die tür auch nur halb auf und hier ist die küche die küche wird dann gemeinsam benutzt und wir können auch mein zimmer noch anschauen weil das auch ganz nett ist also ich habe mein zimmer unten da ist mein hund meine bella ich musste mal kurz mal schneiden weil meine familie gerade ins bild gerannt ist und ich möchte ja ganz gerne hier raushalten aus dem internet so falls dir immer ein bisschen frisch wird hast du ja einen kaminofen genau und ja das ist mein schlafzimmer und es hat auch seinen eigenen eingang also das haus hat drei türen eine in der küche eins hier und eins oben für den neuen mieter oder mieterin besser okay alles klar monatlich hast du schon gesagt oder habe ich sind 400 dollar im monat und es ist alles inbegriffen und auch die benutzung von küche natürlich und waschmaschine und trockner alles klar und internet okay also ihr könnt hier ein auto kaufen ihr könnt hier wohnen und ihr könnt hier noch irgendwelche retweets machen genau ich kann ja mal gucken ob ich den du hast einen flyer dass ich den vielleicht noch irgendwie mit ja den kann ich mit dazu tun das aber leider nur in englisch aber das versteht ja jeder auch und es gibt auch übersetzungsprogramme also man kann hier also wenn man sich besser fühlen wir wirklich viel machen weil es gibt auch viele angebote für plant medicine und andere sachen in der umgebung und wasserfälle wo man hiken also wandern kann zum meer ist es eine stunde fahrt zum schiripo sind es 20 minuten und da ist es wunderschön ja doris hat immer so ein leichtes denglisch drauf weil du lange in florida ja 24 jahre und in meinem kopf ist immer ein bisschen kauderweil zwischen englisch deutsch und spanisch aber ich bin deutsche das wird noch nicht los ist auch gut so ja gott sei dank ja gut möchtest du sonst noch irgendwas sagen ich würde mich freuen auch wenn einfach mal ein kontakt das ist ein guter stichwort wie kann man den kontakt mit dir aufnehmen sollen wir da irgendwie eine nummer einblenden ja ich habe eine whatsapp nummer für mein business das heißt seeds of love weil ich habe microgreens angebaut und habe die mal verkauft also ich bin auch gerne leidenschaftlicher gärtner und ja mit whatsapp fantastisch ja okay dann packe ich das dann noch mit rein und dann könnt ihr ja mit doris gleich direkt an kontakt aufnehmen und vielleicht habt ihr bald ein auto und wohnt hier wer weiß okay würde ich sagen das war's dann genau hat mich gefreut nehmt kontakt auf ganz ganz liebe grüße an alle und ja grüße aus costa rica ja ciao schau donde esta lorito tete donde esta el que no se ve donde esta lorito tete lo escuche y no lo encontre tete con el monito titi y una lata de mani a la sombra de lombu fue a jugar al tete tete pero aquel tablero era verde y las seis fichitas también ay 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 que bueno escondite donde donde esta tete donde esta lorito tete donde esta el que no se ve donde esta lorito tete lo escuche y no lo encontre en la huerta se metió a jugar al dominó entre plantitas de té pero al rato se aburrió mas allá de las tomateras concentrado me lo encontre aprendiendo tras de un poroto a bailar merequete TE 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 Untertitelung. BR 2018